Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zum ersten Recap von The Last of Us, der neuen HBO-Serie, die bei uns auf Skype bzw. Wow läuft. Am 16. Januar war es soweit, die erste Folge erschien. Wir haben sie geguckt und mit wir meine ich zum einen den Sven. Hallo Sven. Hallo. Und die Theresia ist auch dabei. Grüß dich. Hallo. Wir haben ja schon ein kleines Pre-Cast gemacht, oder einen Pre-Cast, der Sven und ich. Und da hat die Theresia schon erzählt, dass sie keine Berührung mit den Spielen bislang hatte. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt zur ersten Folge sagst. Die heißt im Deutschen, wenn du in der Dunkelheit verloren bist, hat eine Laufzeit von 77 Minuten und Regie führte Craig Mason, der zusammen mit Neil Druckmann auch die Folge geschrieben hat. Neil Druckmann ist übrigens der, wenn man so will, Schöpfer von The Last of Us bzw. der Videospiele. Wir beginnen tatsächlich relativ weit in der Vergangenheit mit meinem ersten Oho-Erlebnis, nämlich John Hanna, bekannt unter anderem aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Spartacus oder dem Mumienfilm, hat einen kleinen Gastauftritt als, ich weiß jetzt nicht die genaue wissenschaftliche Bezeichnung, aber er kennt sich mit Pilzen aus. Und Pilze sind ja durchaus wichtig, ne Sven? Absolut, absolut. Und er hat uns auch ganz schnell klargemacht, dass Pilze böse sind. Das stimmt. Ich glaube jetzt irgendwie, was sind die Epidemiologen oder wie man das bezeichnet, betitelt? Oh, das kann sein. Es gibt garantiert irgendein schlaues Wort für Pilzforscher. Ich mag es aber einfach und werde es jetzt einfach Pilzforscher sagen. Das ist, glaube ich, für alle am einfachsten. Vielleicht ein Fungizitolog? Da muss ich immer irgendwie ein Pizza-Fungi decken, wenn ich bin. Ja. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen, am Anfang habe ich mich ein bisschen gewundert über den Anfang, weil, wie der Sven auch, ich die Spielevorlage kenne und die fängt ja ein bisschen anders an. Ich finde den Einstieg aber relativ clever, weil dieser Forscher ja auch relativ klar macht, Virus oder Viren sind halt Pipifax. Weil wir haben ja, wir kommen ja quasi aus einer Epidemie oder nicht Epidemie, kurz Pandemie heißt es. Laut Christian Drosten ist die ja vorbei. Und dann kommt halt John Henner im Jahre, was ist das, Ende der 60er Jahre. Genau, danke. Und sagt halt so, Leute, Viren ist halt harmlos im Prinzip zu dem, was Pilze können. Und er sagt ja dann auch sowas wie, ja, die Temperatur muss nur ein bisschen wärmer werden und die Pilze könnten gefährlich werden. Und es ist ein netter Verweis auf unsere heutige Zeit, wie ich finde. Hat das bei euch funktioniert, dieser Anfang? Oder dachtet ihr euch eher so, boah, das ist jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen? Theresia, wie ist es bei dir? Nee, es hat schon gepasst, aber ich habe mir gedacht, okay, wir sind verloren. Weil das sind ja genau die Probleme, die wir haben. Also ich glaube, ja, ich habe es so verstanden, der eine Typ war mehr so der, der, wo Angst hat irgendwie von der Pandemie und sagt, naja gut, aber die Pandemie kriegen wir hin. Und dann kommt eben John Henner, der sagt, nee, Pilze sind das wirklich Gefährliche. Ich fand den Einstieg aber gut, einfach um halt irgendwie so ein klares Bild zu kriegen. Oder das hatte für mich auch irgendwie so ein bisschen einen wirklichen wissenschaftlichen Charakter, wie der halt erklärt, wie dann dieser Pilzbefall von Schatten geht, dass die halt eben die Kontrolle über den Wirts, sag ich jetzt mal, erlangen wollen und halt das Gehirn und alles angreifen. Und ich glaube, so weit hergeholt ist das nicht. Ich glaube, es gibt ja wirklich irgendwelche Tiere oder eben Pilze, die halt dann diese Wirte von innen aufressen. Also das ist jetzt noch nicht einmal so, glaube ich, aus der Luft gegriffen. Ja, ich weiß gerade nicht die korrekte Bezeichnung, aber es gibt wirklich einen Pilz, der Insekten befällt, unter anderem halt Ameisen und die halt wirklich dann auch lenkt, wie so Zombies. Und das war auch tatsächlich die Idee für diese Pilze halt in The Last of Us. Was man ja durchaus sagen kann, es ist eine Zombie-Geschichte, aber es ist eben jetzt nicht so alltägliche Zombies. Also das mit dem Pilz, finde ich, es funktioniert ja bei den Spielen schon sehr gut, weil du halt immer wusstest, ja, das gibt es halt wirklich in der Natur. Und wer sagt denn, dass wir nicht eines Tages die Ameisen sind, die von diesen, ja, Fungi-Zombies ferngesteuert werden. Sven, wie hat dir der Einstieg gefallen? Ich habe mich erst mal sehr gefreut, John-Henna wiederzusehen. Ich mag den unheimlich gerne, auch in allem, was du da aufgezählt hast. Und so nach die ersten fünf Minuten haben mir schon einen sehr faden Beigeschmack geliefert, weil alles das, was er halt wirklich sagt, hast du, das trifft einfach direkt auf unsere Zeit zu und es ist wirklich schön drauf gemünzt, um dir zu sagen, Freundchen, Viren und alles andere ist Kindergarten. Pass auf, wenn die Pilze aus deiner Einkaufstasche hüpfen. Und ich fand es super, weil es, wie ich schon gesagt habe, es lag fünf Minuten und du weißt schon eigentlich die Grundsubstanz. Und dann kannst du eigentlich direkt loslegen. Fand ich sehr, sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Und du ahnst auch, okay, das wird kommen. Und wie gesagt, wir wissen es ja. Also wir jetzt, du als Zuschauer, wissen ja, okay, die Welt hat sich ja erwärmt. Okay, wahrscheinlich kommen jetzt irgendwelche Pilze. Ja. Ich fand den Einstieg auch, wie gesagt, ganz hübsch. Was ich auch ganz hübsch finde, ist das, was danach kam, nämlich der Vorspann. Das ist ja auch immer so eine eigene Kunstform. Ich muss sagen, ich habe schönere gesehen, eindrucksvollere Abspende oder Vorspende in der Hinsicht, aber sieht schick aus, oder? Ja, das passt halt irgendwie auch zum Thema, dadurch, dass du halt diese, wie sie sagen, diese Sporen oder diesen Schwarm, der sich da irgendwie wie so ein Geflecht, so ein Moosgeflechter verteilt, wo eben ein Auto auf das Thema anspielt. Also ich fand den schon irgendwie gut gemacht. Er ist auch sehr spielennah. Also der Anfang sieht im Spiel ein bisschen anders da aus, aber das Grundthema ist, ist dasselbe. Das ist auch so ein Pilzgeflecht, das sich da weiterentwickelt und dann weiterverbreitet. Das haben sie wirklich schön gemacht. Ja. Ich glaube, mehr zum Vorspann kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist ein netter Vorspann, wie ich finde, aber ich glaube tatsächlich, beim nächsten Mal werde ich ihn auch skippen. Da bin ich ehrlich. Ich bin da kleiner Kunstbanaus, was das angeht. Und jetzt könnte wahrscheinlich, also Sven und ich, wir wissen ja jetzt, was passiert. Du, Theresa, bist ja neu in der Materie, sage ich es mal. Was hast du jetzt gedacht, als das anfängt 1986? Da kommt der Vorspann und dann steht er plötzlich 2003. Ja, ich war überrascht. Durchaus, weil ich dachte heute, also ich wusste, dass es eben in so einer Zeit spielt, wo eben hier die Zombie-Apokalypse herrscht und ich war dann irgendwie überrascht, als das halt dann mit 2003 gestartet ist und die eigentlich noch normal gelebt haben. Also so, wie es wir heute, heutzutage ja auch tun. Und das erst mal ganz normal mit, er hat Geburtstag, es wird gefrühstückt und so weiter anfängt. Also mir war nicht, also mich hat es überrascht, dass das erst noch etwas dauert, bis du zu dieser eigentlichen Zeitlinie, sag ich jetzt mal, kommst. Ja, wir sehen die Hauptprotagonisten, dass wir in Anführungszeichen frühstücken. Wir sehen ein Mädchen, das heißt Sarah, sie wird gespielt von Nico Parker, die dann mit ihrem Vater Joel, das ist Petro Pascal, da sitzt und ein bisschen rumredet, das ist Joels Geburtstag und das ist so eine ganz, wie ich finde, relativ klassische Vater-Tochter-Konstellation. Sie reden kumpelartig miteinander, sie haben ein gutes Verhältnis, die Mutter ist nicht anwesend, da glaube ich, wird auch gar nicht gesagt, was da passiert, ist auch vollkommen egal. Und dann kommt halt noch Tommy vorbei, Joels Bruder, gespielt von Gabriel Luna, den kennt man unter anderem als bösen Terminator in Dark Fate. Alles irgendwie so eine Konstellation, wo ich mir halt dachte, ja, das ist auch nur dafür da, damit es gleich umso brutaler ist, wenn das auseinanderfällt, oder Sven? Absolut, absolut. Also ich fand, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, die harmonieren schön zusammen, wobei ich habe mir heute auch nochmal die ersten zwei Stunden Gaming-Nummer eingezogen vom ersten Teil, einfach, dass ich einen Vergleich habe. Und da wäre es zum Beispiel bei Tommy so gewesen, da dachte ich, da hätte man auch Alexander Skarsgat nehmen können. Der hätte vom Optischen her meiner Meinung nach besser als Tommy gepasst, aber auch da ist es so, das war eine kurze Eingebung und da hatte ich mich direkt an alles gewöhnt und alles war prima. Ich habe nur auf den großen Knall eigentlich gewartet. Ja, man muss aber sagen, also es zieht sich, also es dauert schon noch etwas, bis dann halt der große Knall kommt, fand ich jetzt. Also wie gesagt, ich fand jetzt die Folgenlänge nicht schlimm, das hat schon gepasst. Und wie gesagt, ich war überrascht, wie viel Platz doch dann diese Vorgeschichte einnimmt. Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es auch so, dass ich gerade den Anfang ist da am interessantesten finde, was du dazu sagst, Theresia, weil Sven und ich, wie gesagt, wir kennen die Spiele, wir wissen, was passieren wird, aber du wirst ja gerade zu Beginn halt wirklich so da reingestoßen in diese Welt, wo noch alles in Ordnung ist und diese Sarah ist ja wirklich schon mal die Hauptfigur eigentlich. Mit der verbringen wir die meiste Zeit, wir sehen, wie sie zur Schule geht, wie sie in der Nachbarschaft hilft, wie sie ein Geschenk für ihren Vater organisiert, der wie gesagt Geburtstag hat. Aber was sich eben auch durchzieht, ist das, was so jeder gute Zombiefilm einfach haben muss, nämlich dieses Gefühl so, irgendwas stimmt dir nicht. Ja, du hast schon immer diese subtilen Geschichten, also schon auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch vorweggreif, eben diese Szene, wo dann Sarah in der Schule ist und sie dann diese Reflektion sieht und dann ihren Mitschüler sieht, der, glaube ich, eine Uhr oder irgendwas hat, das halt die Sonne reflektiert und der aber so unkontrolliert mit der Hand die Hand zuckt oder die Hand schüttelt. Ja, und dann halt nur dieser zweite Moment, wo die eben bei der Uhrreparatur ist, da dachte ich am Anfang, sie versetzt die Uhr, bis ich dann gecheckt habe, nee, sie will sie reparieren lassen. Wo dann da auf einmal Polizei und Feuerwehr in Massen vorbeifahren und sie dann auch so überstürzt nach Hause geschickt wird. Und im Grunde hat es schon beim Frühstück angefangen, als da die Nachrichten kommen, dass es irgendwie, wo war es, Jakarta, gibt es Unruhen und Ausschreitungen und immer mehr. Aber man, das sind leider so kleine Hinweise. Genau, das ist das, was ich auch gemeint habe, dass du beim Frühstück halt diese Nachrichten hörst. Und du, in dem Moment habe ich an mich selbst gedacht, als ich das erste Mal über Covid was gehört hatte in den Nachrichten, wo es hieß China und die reagieren alle so, wie ich auch reagiert habe. Ja, okay, krass, aber das ist weit weg. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also ich finde auch tatsächlich, dass das machen die relativ gut. Dampf, für meinen Geschmack, das ist ein Kritikpunkt, den ich durch die ganze Folge schlingelt, für meinen Geschmack hätte es noch ein bisschen mehr Dampf haben können, ein bisschen mehr Kraft. Aber gerade zu Beginn stimmt schon, man merkt immer so, irgendwas stimmt hier nicht. Und es wird ja auch immer so ein bisschen mehr, immer so ein bisschen mehr. Und dann kommt der erste große Super-GAU. Es gibt Kekse mit Rosinen. Ja, Rosinen. Ich habe ein Problem mit Rosinen. Ja. Sarah ist bei einer älteren Dame, die anscheinend zu Jesus geworden hat, wie sie selbst sagt, und kümmert sich da um die alte Frau, Miss Adler, heißt sie. Und da gibt es, wie ich finde, einen der schönsten Spannungsmomente der gesamten Folge, aber auch einen Spannungsmoment, wo ich sage, den hätte man gut und gern noch ein bisschen mehr ausreizen können. Nämlich wir sehen, diese Miss Adler ist eine ältere Dame, vermutlich stark dement, die im Rollstuhl sitzt und ansonsten außer gucken nicht mehr viel hinbekommt. Und die verhält sich komisch. Aber nur, dass wir es sehen, auch immer out of focus. Das heißt, die Kamera ist auf Sarah gerichtet. Und im Hintergrund sehen wir aber, irgendwas stüppelt der Frau nicht. Und das ist ein sehr schöner Spannungsmoment. Aber ich finde, sie machen nicht so viel draus. Sven, siehst du das eh nicht? Oder sagst du, ich rede hier gerade Schwachsinn, das war doch super? Nee, ich, also Horror-Omas ziehen immer. Und wenn dann aus der Kittelschürze von früher nicht 5 Mark oder ein Zehner rüberwächst, sondern ein Hackebeil, hat es schon einen gewissen Reiz für mich. Aber da dachte ich mir auch, da habt ihr echt einen coolen Moment schon ein bisschen verschenkt. Da hätte mehr kommen sollen. Also jetzt nicht gleich, dass die Oma aufspringt und Amok läuft. Wäre zwar auch cool gewesen, aber ja, da dachte ich noch, ah, da könnte man einfach noch ein bisschen mehr spielen. Sie sollte sich ein bisschen mehr im Haus aufhalten. Du siehst vielleicht immer im Hintergrund mal ein bisschen was. Aber ja, es... Ja, sie haben es halt einfach gelassen und dachten, naja, der große Knall kommt noch. Darauf könnt ihr euch eher mal vorbereiten. Wie war es bei dir, Theresia? Ja, also der Moment war schon sehr unheimlich, weil die hat dann schon nicht nur irgendwie so kurzen Zuckungen gehabt, sondern schon so richtig irgendwie so eine Art Krampfunfall, wo aber komplett keiner mitgetan hat. Also ich dachte schon noch, vielleicht gibt die noch einen Ton von sich und jetzt schrecken die beiden irgendwie auf und wollen halt zu ihr und ihr irgendwie helfen. Aber wie gesagt, der Moment ist dann irgendwie so irgendwie verstrichen. Und Sarah geht nach Hause und wartet auf ihren Dad. Der kommt aber viel zu spät, eine Stunde nämlich genau. Es ist auch nicht so ganz klar, was er beruflich macht, also irgendwas mit Baustelle oder so. Und sie gibt ihm dann sein Geschenk und sie gucken zusammen einen Film. Einen Film übrigens, den es nicht wirklich gibt, der aber wohl in Verweis ist auf den zweiten Last of Us Teil. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, aber vermutlich gibt es diesen Film dann im Spieluniversum irgendwo als Easter Egg zu finden, was soll's. Und ja, sie gucken sich diesen Film an und tja, dann schläft sie ein. Wir erfahren dann noch, dass Tommy, also Joels Bruder, abknastet und als dann Sarah um 2.16 Uhr morgens oder nachts aufwacht, ist sie alleine. Und ich habe mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, jetzt kommt die sanfte Version vom Dawn of the Dead Remake. Weil das Dawn of the Dead Remake, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also Sven hat es garantiert gesehen. Was trage ich so doof? Ja. Natürlich. Da geht's ja dann auch, sobald die Heldin halt irgendwie von diesem, ja, also herausfindet, dass gerade irgendwie Zombies die Welt überrennen, sag ich mal, da geht das ja richtig, richtig Dampf nach vorne. Und hier ist es zwar auch mit, sie gehen voraus und haben eine gewisse Energie, aber es hält sich immer noch so ein bisschen zurück. Was viel heißt, denn irgendwann stürzen sie ja selbst Flugzeuge ab. Ja, was mir noch einfällt, ist auch dieser Telefonanruf, den Tommy macht, um seinen Bruder zu sagen, dass er eingesperrt ist. Der sagt ja auch, er wird auf einmal grundlos von irgendwem angegriffen. Hier ist alles wie im Irrenhaus, was jetzt auch schon zeigt, okay, das Problem ist jetzt nicht mehr nur irgendwo anders, sondern auch bei uns. Ja, das ist auch so ein klassisches Zombie-Einmaleins, dass jemand sagt, ist alles in Ordnung? Ja, irgendein Typ wollte mich beißen oder so. Das ist quasi das Äquivalent jetzt mit Tommy im Knast. Und ich muss sagen, es hat schon was wirklich Apokalyptisches, wenn sie da auf der Flucht sind, dann plötzlich dieses Flugzeug über ihnen abstürzt. Aber auch hier muss ich sagen, es ist nett, aber für meinen Geschmack halt wäre da auch Potenzial nach oben gewesen. Gerade auch, wenn wir jetzt hier Miss Adler sehen, die ja jetzt wirklich freidreht und sich auch den Pilz auch weiterleitet. Es gibt eine kurze Sequenz, wo halt Sarah in diesem Haus dieser Familie noch mal ist. Aber auch da muss ich sagen, hätte man mehr draus machen können. Zumindest für meinen Geschmack. Ja, da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Es ist, also ich fand so diese Apokalypsen-Sequenz, wo sie dann auch mit den Flugzeugen, das hat mir ganz gut gefallen. Das ist ja auch anders als im Spiel. Da ist es nicht ganz so krass. Aber da fahren sie zum Beispiel an einem brennenden Krankenhaus vorbei und du siehst dann auch eine brennende Scheune von einem Freund. Und das hat mich da irgendwie, also mit den Flugzeugen, wie gesagt, fand ich gut. Aber im Spiel hat es mich mehr gepackt. Ja. Weil es, ähm, von der Atmosphäre her ist es in der Serie auch wirklich super. Aber irgendwie hatte ich dieses eingeengte, klaustrophobische Gefühl beim Spiel eher. Mhm. Ja. Obwohl du da nichts machst, weil das ist ja nur eine Sequenz. Das stimmt, das stimmt. Aber alleine dadurch, dass du im Spiel halt diese Sarah auch steuerst. Du machst mit ihr nichts großartiges. Du gehst halt jetzt durch das Zimmer und kannst Sachen anwählen. Und dann sagt sie sowas wie, oh, das ist mein Lieblingsfilm oder das guckt mal hier dieses Tagebuch. Aber das, das, du hast es schon, das klingt jetzt blöd, eine andere Beziehung zu dieser Figur. Mhm. Und wobei ich ganz ehrlich uns beide auch rausnehmen möchte, was diese Funktionalität angeht. Denn wir kennen halt das Spiel. Und, äh, Theresia, hattest du Schweiß auf der Stirn? War das für dich aufregend? Hast du mitgebibbert? Oder war dir schon irgendwie klar so, ah, Sarah, du möchtest dich machen. Du bist nicht ehrlich. Nee, das hab ich jetzt, das Gefühl hab ich nicht gehabt. Aber ich glaub, ich wusste ja schon, dass, ähm, halt, ähm, dann im eigentlichen Spiel oder wenn's dann so voranschaltet, ähm, er ja seine Tochter verloren hat. Also ich wusste, mit ihr passiert irgendwas. Mhm. Ähm, hab aber, fanden aber jetzt die Szenen da gar nicht so schlimm. Also ich find, ähm, sie haben das trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, eben, ich fand's jetzt gar nicht immer so verkehrt, dass sie's gar nicht so mit der Dampfhörer-Methode gemacht haben, so quasi, jetzt herrscht die Zombo-Apokalypse hier bei uns. Sondern halt, ähm, ja, es waren so Sachen, wie würdest du dich jetzt entscheiden, wenn ich in der Situation wär? Wie jetzt zum Beispiel, nehm ich da die Anhalter mit oder nehm ich sie nicht mit, weil ich nicht weiß, was mit denen denn passiert ist? Ähm, dann sind die da durch die Straßen gefahren, ähm, der Haiber war verstopft, dann sind sie wieder in die Stadt zurück, dann war halt da, ähm, wusste schon gar nicht mehr, wer auf der Straße ist. Jetzt ein Mensch, wer ist schon von dem Pilz befallen und so weiter. Und es herrscht halt einfach Chaos und du versuchst halt einfach nur irgendwie von Punkt A noch zu Punkt B zu bekommen. Aber irgendwie war dann auch die, die Sarah, die hingegen das, glaube ich, irgendwie ein bisschen begriffen hat, weil ich glaub, der Plan war jetzt irgendwie nach Mexiko abzuhauen, um sich zu schützen. Aber dann sagt halt, ähm, Sarah auch so ein Satz, ja, was ist, wenn's, wenn's überall ist? Ja, genau. Ich finde, dass man in dieser Szene... Ja, also für mich jemand, der, wo die Spiele nicht kennt, hat das halt trotzdem irgendwie funktioniert. Also diese ganzen Gefühle, die jetzt da auf einmal auf einen einprasseln, so quasi, ich will meine Familiensicherheit bringen, aber ich hab trotzdem Angst. Das hat schon funktioniert bei mir. Ich fand, das war eine sehr, ich glaube, für die Charaktere wichtige Szene, wenn sie da mit dem Auto unterwegs sind, weil du da relativ viel über den Joel erfährst. Nämlich, er hat's schon gesagt, da ist diese Familie am Seitenstreifen und wir mitgenommen werden in Panik und er sagt halt nein. Und er kennt sich aber auch sehr gut aus und weiß, wie er wo fahren muss und ist auch überzeugt, nee, wir fahren nach Mexiko, dann wird alles gut. Und man sieht auch sehr deutlich, dass er für seine Tochter auch, glaube ich, sehr kämpfen wird. Also das wird in dieser kleinen Sequenz in diesem Auto sehr, sehr schnell deutlich. Und die Sequenz endet ja quasi damit, mit einer Explosion. Und was glaubt ihr, war das ein Flugzeug, was abgestürzt ist? War es ein Militärschlag? Was glaubt ihr? Das hab ich nicht richtig ausmachen können, was da jetzt explodiert ist. Also für mich war es das Flugzeug, das da irgendwie abgestürzt ist und dann halt explodiert ist und dann wurden halt Teile umhergeschleudert. So seh ich's auch. Okay. Mir ist's egal. Wobei ich's noch krass find, du merkst auch schon in dem Moment, wo sie mit dem Auto sind und an diese Menschenmenge heranfahren, wo Joel sagt, fahr einfach durch. Ja. Ja, und nur Tommy dann sagt, ey, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Ja. Und da merkst du schon, dass Joel sehr, also in Extremsituationen sehr zum Selbstschutz neigt, sagen wir's mal so. Also da fallen bei dem alle Schranken und er sagt, scheiß drauf, es geht um uns, wir tun das, dass wir überleben. Was ich mich da auch immer gefragt habe, wir sind ja immer bei Sarah zu dieser Zeit und wir wissen ja auch, dass Joel, Tommy vom Gefängnis abgeholt haben, die müssen ja auf dem Weg dorthin oder zurück zu Sarah ja auch schon einiges miterlebt haben. Die Frage ist jetzt, kommt dieses Farsi drüber, also diese Einstellung durch diese letzten zwei, drei Stunden, die er erlebt hat oder ist das schon immer so in seiner DNA mit drin? Ist das einfach so der Art von Typ, der glaubt, wenn er jemanden beschützen muss, dann geht er halt wortwörtlich über Leichen oder fährt über Leichen? Das ist eine interessante Frage. Ich glaub, die haben halt eventuell wirklich einiges jetzt mitgekriegt auf dem Weg oder haben halt auch Nachrichten, Fernsehen oder Radio gehört. Also ich glaub, dass die da halt schon dann mitbekommen haben, irgendwas stimmt ja nicht, irgendwas geht hier vor. Weiß nicht, ob du das innerhalb von zwei Stunden, also klar, dass du es irgendwie realisierst und sagst, jetzt bricht die Hölle los, aber dass du dann sofort alle Hemmungen fallen lässt, ich glaub, da musst du schon vorher eine Neigung für haben. Ja, das schon. Wer die Spiele kennt, weiß, dass Joel durchaus eine sympathische Figur ist, aber auch eine Figur mit, ich sag mal, Ecken und Kanten. Eine dieser Kanten bekommt er jetzt verpasst, nämlich, ich kürze das mal so ein bisschen ab, sie treffen auf einen Soldaten, es wird auf sie geschossen und Sarah überlebt es nicht. Und ich weiß noch, bei dem Spiel hat mich das emotional echt ein bisschen zerstört. Sven, wie war es bei dir beim Spiel? Genauso. Also ich war wirklich, ich war schockiert. Ich war da gesessen und dachte, ey, das ist nicht euren Ernst. Das könnt ihr nicht machen. Warum kann ich den Soldaten jetzt nicht noch in kleine Einzelteile zerhacken? Ich möchte mich auf jeden Fall rächen. Nee, das war schon, das war schon, also es war emotional, hat mich das tatsächlich wirklich mitgenommen und sprachlos zurückgelassen und ich dachte nur, okay, das wird tatsächlich eine Achterbahn der Gefühl. Und wie war es jetzt bei der seriellen Umsetzung? Ja, das ist, sie haben halt wirklich viel eins zu eins teilweise, also teilweise, sie haben viel eins zu eins übernommen, auch Dialoge eins zu eins teilweise übernommen. Ich fand es immer noch schockierend und dachte, ja, scheiße, aber da war die Sache für mich schon abgehakt. Ja. Theresia, wie war es bei dir? So traurig. Wie hat dich der Tod von Sarah getroffen oder vielleicht nicht getroffen? Es hat mich sehr mitgenommen. Also eigentlich die ganze Szene, wie die auf diesen Soldaten getroffen sind, der halt dann die Meldung gemacht hat, dass er zwei Überlebende gefunden hat und du dann halt hörst, wie er halt auf die Anweisungen wartet, die du halt nicht hörst, aber im Grunde weißt du, okay, so wie der nachfragt, kriegt er den Befehl, er soll die beiden töten. Und ich wusste jetzt nicht, also genau, was passiert, aber dann, als man halt gesehen hat, dass Sarah getroffen ist und wie er halt dann noch versucht, ihr zu helfen und halt einfach mit der Verzweiflung eines Vaters halt versucht, eben seiner Tochter zu helfen, es aber nicht funktioniert und sie dann stirbt. Ja, also ich kann das nachvollziehen, also mich hat das total gepackt. Also ich war da schon auch sehr emotional. Ja, da muss man mal sagen, Pietro Pascal spielt das auch herausragend. Es gab ja im Vorfeld so ein paar Leute, die haben nicht beschwert, warum sie ihn genommen haben, aber ich muss sagen, der macht das super. Also der Sven und ich haben ja schon ein paar Folgen vorab sehen können und das kann man verraten, das bleibt auch bei dieser starstellerischen Qualität von ihm. Ich meine, der Mann hat es halt geschafft, letztes Jahr das Beste zu sein im Massive Talent, einen Film über Nicolas Cage mit Nicolas Cage und wenn du dann als Pietro Pascal schaffst, da der MVP zu sein, das ist schon eine Leistung, ganz ehrlich und das wiederholt er jetzt hier ohne Nicolas Cage vorgemerkt. Und ja, damit quasi war es das mit dem Prolog erstmal und da waren wir aber schon eine halbe Stunde drin. Theresia, hat dich das verwundert, dass die Serie so anfängt, dass erstmal in der ersten halben Stunde so diese Vater-Tochter-Geschichte im Fokus steht? Ja, wie ich schon gesagt habe, das hat mich durchaus gewundert. Also ich dachte ja, der Film fängt damit an, dass wir heute schon in dieser kaputten Welt leben und dass das andere halt einfach schon eine Vorgeschichte ist, die du halt aber schon quasi fertig serviert bekommst oder halt gegebenenfalls so in Rückblenden getagt wird. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir diese Vorgeschichte halt so komplett vorkommt und halt auch diese halbe Stunde ungefähr vereinnimmt. Aber ich fand's dann doch ganz gut. Also ich fand's nicht verkehrt. Hast du eigentlich auch schon eine Beziehung zu Joel und Tommy herstellen können? Jetzt außer zu Sarah ist klar, aber dass du sagst irgendwie, okay gut, der ist mir jetzt schon sympathisch, der ist jetzt mal nicht sympathisch. Ne, also ich kann jetzt noch zu gar keinem sagen. Also wirklich auch zu den anderen Figuren, die uns jetzt dann im Laufe der Folge noch über den Weg laufen. Also ich hab jetzt da noch zu keinem wirklich eine Beziehung aufgebaut. Also mir waren natürlich die drei sympathisch hier, Sarah, ihr Vater und der Onkel, aber dass ich so auch, ich fieber jetzt schon mit ihnen mit, das ist noch nicht. Okay. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich bin halt gespannt, was sie mit Tommy halt machen, weil Tommy in den Spielen auch eine wichtige Figur ist, der, oder eine Figur ist, die sich, so viel kann verraten werden, versucht sich ein bisschen zu abzukapseln von seinem Bruder, aber dazu dann in späteren Folgen vielleicht mehr, mal sehen. Und ich würde sagen, wir machen einen nächsten Zeitsprung, nämlich jetzt kommen wir in die Gegenwart, ins Jahr 2023, 20 Jahre in der Zukunft, in einer, ich nenne es mal alternativen Welt. Und ja, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie ein älteres Kind gestorben ist, wie macht man weiter, genau, mit dem Tod eines jungen Kindes. Ja, das ist ja gute Laune, hoch 10. Wir sehen nämlich einen kleinen, namenlosen Jungen, der unterwegs ist und da war so das erste Mal, wo ich dachte, okay, wow, das sieht richtig toll aus. Nicht, weil ich es toll fände, wenn kleine Kinder irgendwie apathisch irgendwo umherirren, nämlich diese ganze Welt sieht halt super aus. Wir sehen halt das erste Mal, wie in The Last of Us Boston im Jahre 2023 aussieht und das sieht halt wirklich genauso aus, wie in den Spielen. Und da muss ich sagen, Chapeau, das sieht toll aus. Ja, absolut. Also, ich hab mich auch sofort heimisch getroffen. Wollte schon Nagelbomben basteln im Wohnzimmer. Sie bei uns wie wir Ludwigs haben. Genau, richtig. Nicht nur die hässlichste Stadt, sondern auch die postapokalyptischste Stadt. Nein, also, ich hab mir das auch angeguckt und ich hätt wirklich sofort gerne mehr gesehen. Mich hat dann die Stadt innen drin so, nicht, auch schon gar nicht mehr so groß interessiert. Ich glaub, das ist aber halt auch wirklich daran geschuldet, dass du einfach weißt, wie's weitergeht. Aber ich wollt sofort mehr sehen. Ich wollt sofort, geht raus. Ich will die Wolkenkratzer sehen, die eingestürzt sind und mit Moos bewachsen und ja, ich wollte sofort mehr. Ja, ich dachte zuerst, ah, okay, der läuft jetzt irgendwie durch den Wald und dann lief er an so einer Laterne und Straßennamen vorbei und Wegrichtungen und hab mir gedacht, okay, ich glaub, der ist im Park. verstanden, hier die Natur hat sich alles zurückgeholt und dann kommt eben danach jetzt so der erste Blick irgendwie auf Boston und ich dachte mir, ich wusste ja nicht, dass es Boston ist, von daher war erst mal die Frage, okay, welche Stadt ist es? Ja, es hat schon alles sehr zerfallen und eben wieder von der Natur zurückerobert ausgesehen, aber ich fand's gut. Also, so als jemand, der es nicht weiß, hab ich ja zuerst echt gedacht, okay, der schlurft jetzt irgendwie so durch den Wald. Ach nee, okay, das ist die Stadt, die halt von der Natur zurückerbert worden ist. Es waren immer nur so, ja, fand ich gut. Also, ich spring ein bisschen mal ein paar Minuten voraus, weil dann sehen wir auch halt, wie es innerhalb dieser Stadt wirklich aussieht und das ist auch schön, weil das ist so eine Mischung aus, ja, so, die Natur holt sich alles zurück, so ein bisschen I am Legend, aber es erinnerte mich auch so ein bisschen an die Favelas, wie wir sie in City of God gesehen haben. Du merkst halt wirklich, dass die Menschen, die das überlebt haben, irgendwie gelernt haben, mit dem Nötigsten auszukommen und ansonsten mit Erfindungsreichtum noch irgendwie ihr Leben zu bestreiten und das haben sie wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, finde ich. Was nicht so schön ist, ist aber das, was dem Jungen passiert. Der wird nämlich dann, also er wird ohnmächtig vor den Toren Bostons und dann kommt halt diese Fetra, heißt das, quasi die Polizei in der Postapokalypse und nehmen den Jungen dann mit und die überprüfen den, machen dann mit so einem Gerät so einen Test und sagen ihm dann sowas wie, ja, pass auf, wir müssen sich jetzt doch ein bisschen medizinisch betreuen und danach kriegst du Spielsachen und Essen und dann bekommt er eine Spritze in den Arm, dann bekommen wir einen Schnitt und dann sehen wir Joel wieder. Und Joel arbeitet in der Leichenverbrennungsanlage, wo wir dann auch relativ schnell den Körper des kleinen Jungen sehen und das ist mein Statement, finde ich. Also das ist wirklich so, somit sagst du deiner Zuschauerschaft, diese Welt ist wirklich asozial, lebensfeindlich und pessimistisch. Fand ich gut. Also nicht gut, dass ich sage, wow, Kinder sterben finde ich geil, aber ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Ansonsten habe ich jetzt echt ein Problem. Ich bin mir da nicht so ganz sicher bei dir, weil das Lachen zwischendrin kann man auch echt menschenfeindlich deuten. aber mir ging es genauso. Nein, 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 ich habe am Anfang gedacht, okay, Elli, kann es jetzt nicht sein, aber wer weiß. Und nachdem sie ihn dann hinsetzen und dann ach ja und ach dutzi und ihn dann halt auch festschnallen, dachte ich noch, okay, gut, jetzt checken sie halt, ob er gesund ist oder nicht und die Spritze und dann dachte ich noch, okay, als dann der Gegenschnitt kam, wo dann die, seine Verbrennung, also seine, seine Kollege, seine in Anführung Kollegin, dann halt sagt, ich kann das nicht, mach du es, da habe ich auch, muss ich sagen, wirklich schwer geschluckt und dachte, okay, hier werden tatsächlich keine Gefangenen gemacht. Ja, also mir war dann schon auch klar, dass dieser Junge da untersucht wird und mir war dann durchaus auch bewusst, dass die wahrscheinlich, wenn er infiziert ist, da jetzt nicht lange fackeln und wahrscheinlich eben ihn umbringen werden und so war es dann ja auch, also ich habe mir schon gedacht, wo dann hier diese rote Anzeige kam von diesem Testgerät. Was mich dann aber auch später bei dieser Verbrennungsszene dann auch etwas geschockt hat, wobei wir wieder eben hier bei Joel sind, ist, er hat das halt dann gemacht, also er hatte dann diesen Jungen da hingetragen und ins Feuer geworfen und ist wirklich mit einer ziemlichen, wie ich so sagen, also ziemlich emotionslos, also der hat ihn einfach halt so über das drübergeheult und einfach fallen lassen. Also da war ich etwas geschockt, wie kalt er das gemacht hat. Ja, also die Szene war ganz klar dafür da auch, um nochmal zu zeigen, in welcher mentalen Verfassung Joel ist, dass es halt echt ein harter Hund ist und dem es egal ist, würde ich nicht sagen, aber der sehr abgehärtet ist, im Gegensatz zu der Frau, die da mit ihm arbeitet und man kann diese Abhärtung auch durchaus verstehen, nicht nur wegen dem, was ihm oder seiner Familie passiert ist, sondern wir erfahren ja dann auch kurz danach, wie der Alltag da so ein bisschen läuft. Ich meine, er versucht da irgendwie noch, er hat diese Jobs wechseln wohl andauernd, er sucht sich da einen neuen Job, irgendwie, er soll dann am nächsten Tag abends in der Kandidation arbeiten. Wir sehen das erste Mal das Logo der Fireflies, die werden später noch wichtig, das ist dieses, ja, ich sag mal, dieses rote Symbol, was da überstrichen wird. Wir erfahren auch, dass man die Quarantäne-Zone nicht verlassen darf und auch unerlaublich betreten darf, ansonsten gleich Hinrichtung, also es ist fast schon eine Art Militärstaat, die da herrscht, würde ich sagen. Und dann erfahren wir auch, dass Joel gar nicht so sehr der fleißige, aber doch fleißig ist er, aber er ist nicht der legale Arbeiter, er ist nämlich ein ziemlicher Schmuggler. Und ja, unser Held ist kriminell. Ich war schockiert. Ja, ich glaube, du versuchst halt alles, um dann in dieser Welt irgendwie wie klar zu kommen. Du hast ja dann einfach wieder diese kriminellen Machenschaften, diese Tauschwirtschaft, ich besorge dir das, du gibst mir das, um halt einfach durch diesen System da aus dem Weg zu gehen. Und das Schöne ist, selbst in der Post abklöpste, Drogen gehen immer. Ja, richtig. Aber wahrscheinlich keine Pelze. Nein, aber es ist, ich glaube halt wirklich, dass du nach 20 Jahren Horror halt irgendwann wirklich komplett abstumpfst und was wir ja schon gesagt haben, halt alles tust, um irgendwie zu überleben oder dir auch Sachen zu besorgen. Ich meine, er schmuggelt ja auch Zigaretten. Ich glaube, es war eine Zigarette, was er dem Typ mitgebracht hat. Und ja, auch Drogen und alles Mögliche, um da einfach irgendwie über Wasser zu bleiben, um es auch so angenehm wie möglich zu machen, weil er ist ja auch, sagen wir mal, den härteren Stoffen nicht ganz abgeneigt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Zumindest mal um seine, wahrscheinlich um seine Träume unter Kontrolle zu halten oder auszuschalten und seine Gefühle halt irgendwie so weit runter zu dämpfen, dass er wahrscheinlich nicht komplett ausflippt. Ja. Das kann man schon gut vorstellen. Er trifft ja dann diesen Fedra-Soldaten ein bisschen außerhalb und machen mit ihm halt so ein paar Schmulgeschäfte und da erfahren wir auch, dass Joel ein Auto braucht. Vermutlich nicht, um damit Rennen zu fahren, sondern er ist auf der Suche nach seinem Bruder, der sich halt längere Zeit nicht gemeldet hat. Und was wir dann auch erfahren, ist, also es kommt uns ja so ein bisschen vor, dass diese Fedra die oberste Macht sind in dieser Quarantänezone und dann erfahren wir aber, es gibt noch diese Gruppierung Fireflies, die wohl, ja, ich würde die als Rebellen bezeichnen, oder? Ja. Ja, kommen wir, das ist so als Widerstandstruppe irgendwie. Also das war am Anfang jetzt für mich ein bisschen verwirrend, bis ich jetzt da mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und Gruppierungen dann zurechtgekommen bin. Aber es wurde dann schon zum Ende der Folge hin besser, aber immer wenn ein neuer Charakter dazugekommen ist oder eben neue Gruppen, war das am Anfang für mich ein bisschen, okay, wer seid ihr, was wollt ihr, wie steht ihr zueinander? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es gerade am Anfang vielleicht ein bisschen viel ist, aber ich finde, die Einführung haben sie ganz gut gemacht. Man sieht jetzt das Logo, dann erfährt man so ein bisschen was und am Ende der Folge wissen wir ein bisschen auch mehr, wer die Fireflies sind und für was sie stehen. Jetzt kommt aber eine Einführung erstmal, bevor wir jetzt mehr Fireflies bekommen, von Tess, gespielt von Anna Torf, die kennen wir aus Fringe oder aus der großartigen Mindhunter-Serie. und die ist echt übel zugerichtet in der Serie. Also, wir erleben sie das erste Mal, da ist sie in einer, ich möchte sagen, ungünstigen Position. Sven, kannst du uns kurz erklären, was wir sehen? Was wir sehen, ist sie gefesselt an einem Stuhl mit Schrammen im Gesicht und vor ihr steht der Herr aus Uwe Bolts Rampage. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich habe dieses Gesicht gesehen und dachte, den hast du aber noch woanders gesehen, den hast du noch woanders gesehen. Brandon Fletcher, dann fiel es mir ein, das war einer der Goons in Violet Night. Achso, den habe ich schon nicht gesehen. Den habe ich jetzt nicht erkannt. Ja, dafür bin ich doch hier. So, damit habe ich heute meine heutige Aufgabe erfüllt, den Rest macht jetzt bitte alleine. Ja, ich bin überzeugt, Sven und ich kriegen das hin. Ja. Das bezweifle. Aber ja, gut, also sie, es ist wohl ein Tauschgeschäft in die Hose gegangen, es geht um eine Autobatterie, die irgendwie wohl dann doch weiterverkauft wurde, obwohl der Lohn eingestrichen wurde und naja, sagen wir es mal so, sie unterhalten sich drüber, ob sie die gute Tests erschießen oder nicht, weil sie schon ziemlich Angst haben, dass Joel dann auftaucht und alle kalt macht. Ja, wobei, da merkt man schon, ja, aber, dass die da schon, dass er schon einen gewissen Ruf hat. Aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Also sie sagen, komm, wir bringen sie um, dann, dann wird Joel nicht böse sein. Aber wird Joel nicht ganz richtig böse sein? Also, naja, wenn sie es vertuschen oder irgendwie, was weiß ich, sie irgendwo abladen. Wenn sie nicht wissen, wer es gewesen ist oder wenn er nicht weiß, wer es gewesen ist, dann kann er sich an jemandem rächen. Ja, trotzdem dummer Plan. Wobei er aber eigentlich gewusst, ja, wobei er aber eigentlich ja gewusst haben muss, dass sie dort ist. Um die Autobatterie zu holen, ja. Um die Autobatterie zu holen. Genau, das meine ich halt damit. Aber gut, das ist auch nicht der klugste Kriminelle und, ja, die, das Gespräch wird auch je unterbrochen von einer weiteren Explosion. Diesmal ist es kein Flugzeug, was zum Himmel fällt, sondern die Fireflies. Und dann wird Tess nach ein bisschen rumgeplänkelt das nächste Mal, verhaftet von der Fedra. Und dann, wenn ich mich recht erinnere, dass ich das richtig aufgeschrieben habe, bekommen wir jetzt das allererste Mal Ellie zu Gesicht. Mhm. Die angekettet da ist und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, war das in den Spielen auch so, Sven? Ja, also ich, der Raum und die Inschrift und alles passt super und ja, sie war auch, sie war auch angekettet. Bloß das schöne Aufzählen der Zahlen und dann ein gewisses Statement dazu, das war, glaube ich, nicht dabei. Aber das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, weil das kann ich noch gebrauchen. Also ich, ich wusste gar nicht mehr, wie Ellie in den Spielen eingeführt wird, aber es ist schon ganz, ganz nett, finde ich, diese Einführung. Weil, Theresia, was hast du dir gedacht, als dann dieses Mädchen da plötzlich angekettet da steht und diesen Test da macht und relativ klare Worte ihren, ich nenne es mal, den Führern gegenüber findet? Es war eh eine sehr komische Situation, weil ich heute nicht wusste habe, okay, wie kommt die da, also ich weiß ja mittlerweile, glaube ich, was die für eine Rolle hat oder was ihre Bestimmung ist. Von daher war aber für mich trotzdem die Frage, wie kam sie überhaupt in diesen Raum oder von wem wird es jetzt getestet? Also sie musste dann eben einen Test machen. Mir war auch klar, glaube ich, warum sie diesen Test machen soll oder was sie hier testen wollen. Aber mir war halt nicht klar, wer das ist. Also ich habe mir dann schon gedacht, das ist jetzt nicht nur diese, ist jetzt nicht diese Militärpolizei da irgendwie, aber, und mir war halt auch nicht klar, wie dann irgendwie am Ende noch die Verbindung oder dieser Weg, wie sie dann die Wege von Joel und Ellie kreuzen sollen. Also es war für mich halt dann nur so völlig unklar, aber die Szene per se fand ich jetzt nicht, also wir fanden die Einführung gut. Ellie nennt sich übrigens da noch Veronica, aber die Fireflies wissen schon, wer sie ist, aber dazu später mehr. Kommen wir mal wieder zurück zu Joel, der sich jetzt auch mit den Fireflies, ich nehme mal an, dass er die Fireflies trifft und einem älteren Herren mit Zigarette ein bisschen milde stimmt und dann wartet darauf, dass sein Bruder sich endlich meldet. Das scheint ja für Joel wirklich so der Hauptantrieb zu sein. Also er scheint ja wirklich dann dieses Auto oder diese Autobatterie haben zu wollen, um aus der Quarantäne zu raus zu wollen, um nach seinem Bruder zu suchen. Und das treibt ihn an. Also er ist auch immer noch 20 Jahre nach diesem Vorfall ein Familienmensch, Joel. Kann man sagen, was man will, ne? Schon, wobei, was mich da tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ist, das ist ein Untergrund, also es ist eine Untergrundarmee. Und, aber es fühlt sich so an, als ob er gar nicht irgendwie, was weiß ich, fünf, zehn Blocks weiter wegläuft, sondern das fühlt sich für mich so an, als ob die um die Ecke sind. Dann geht er rein und dann steht dann schon eine Riesenschlange. Ja. Ja, also da dachte ich mir noch, okay, also ihr seid eine Untergrundarmee und verteilt hier Tickets, ja, und weißt du noch, eine Frau, die du noch aus Nummer fünf, bitte? Da dachte ich mir noch, also wo ist da das Geheimnis drum? Das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, weil das die Atmosphäre auch so, ja, irgendwie auch ein bisschen zunichte gemacht hat, weil, ja, wie gesagt, Untergrund, da denkst du, okay, gut, da musst du vielleicht noch ein Gully bei den Turtles vorbei und dann hast du vielleicht Zugang. Ja. Aber, ja, da hat es das Angefühl, als ob er gerade ein Haus nebendran reingeht und sagt, hey, Servus, ich bin hier, ich habe da Kippen dabei und hat sich jemand gemeldet. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich war mal nicht so, ich habe das jetzt nicht so identifiziert gehabt, dass der auch zu dieser Unruforganisation gehört. Also ich habe das jetzt so empfunden, dass halt hier dieser Alte, dem man da die Zigaretten gibt, der hat anscheinend ein funktionierendes Funkgerät und die ganze Schlange, die hier wartet, will halt der Welt irgendwelche Nachrichten übermitteln an irgendwelche Familienmitglieder oder keine Ahnung, um einfach auszutauschen, wie geht's euch, lebt ihr noch, mir geht's gut und so weiter. So habe ich das interpretiert. Und er hat sich da einfach jetzt eben vorgedrängelt. Ja. Weil er eben wissen wollte, was mit seinem Bruder ist. Und das, da muss ich sagen, ist mir auch dann eben aufgefallen oder habe ich mir wirklich die Frage gestellt, okay, was ist mit Tommy? Wo ist er? Was macht er? Was hat er denn dahin verschlagen? Aber ich gebe, nachdem jetzt ihr gesagt habt, okay, der hat noch irgendwie eine wichtige, tragende Rolle, wird der dann schon nochmal auftauchen. Ja, also Tommy ist nicht die wichtigste Figur in den Last of Us, so sollte klar sein, aber der hat schon eine Bewandtnis. Also er ist ja vor allem so der Grund, warum Joel sich auf diese ganzen Geschäfte jetzt gleich vorher noch einlässt. Weil Joel halt wirklich Familie wichtig ist. Ja, ein Punkt, Entschuldigung, ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Also schon vorher, wo wir so Boston gesehen haben und jetzt auch bei dieser Schlange, also das sind sehr viele Leute dann auch immer da, die gewisse Körperteile amputiert haben. Sei es jetzt die Hand, ein Finger, ein Arm oder sowas und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ist das dann noch so die letzte Maßnahme, dass man eventuell diese befallenen Körperteile abschneidet? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also, so viel können wir verraten in den späteren Folgen, werden wir dann auch nochmal sehen, wie dieser Pilz übertragen wird. Wobei, du hast es auch schon zu Teilen gesehen, wenn am Anfang die infizierte Mrs. Adler da über diesem Typen sitzt oder hockt, dann sieht das so ein bisschen aus, als würde die den irgendwie fressen, aber eigentlich, glaube ich, überträgt die gerade den Pilz. Ja, man sieht ja da diese Fäden so aus dem Mund, ja, glaube ich auch. Nee, okay, aber das hatte ich mir irgendwie so zusammengereimt, so quasi, dass die halt da sich lieber die Körperteile abschneiden, bevor sie halt komplett befallen werden. Aber gut, dann war das nicht die Erklärung. So ein bisschen wie bei The Walking Dead, das ist ja, glaube ich, auch mal, da kommt das ja auch, glaube ich, mal vor, ja, würde, glaube ich, das Geflecht heißt, aber ja, interessanter Gedankengang. Aber ich glaube, das stimmt so, ist ja egal. Ja, war jetzt halt für meinen Gedanke. Du hast gut mitgearbeitet, Theresia, das gibt einen Fleißstern. Das finde ich super, deswegen bist du hier. Ja, dann sind wir mal wieder zurück bei Joel. Wer hätte es gedacht, der hat eben immer noch Tommy suchen will, der dann, wir sehen seine Armbattuhr, die auch stehen geblieben ist, vermutlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo seine Tochter, gestorben ist, natürlich super, die Erinnerung immer ganz nah bei sich mitzutragen, das sagt auch wieder viel über Joel aus. Es sagt auch viel über ihn aus, dass er anscheinend Drogen braucht oder Tabletten braucht, um so ein bisschen runterzukommen, um Schlaf zu finden. Also das ist so das Einmaleins, das seht her, ich bin ein gebrochener Charakter. War mir tatsächlich ein bisschen too much, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allen Dingen die, also ich meine, die haben, die kämpfen um alle möglichen Vorräte, aber der Monsieur kippt sich erstmal ordentlich Whisky rein. Also Alkohol scheint es da noch in Massen zu geben und auch so, dass man es verprassen kann. Ja, fand ich auch ein bisschen zu viel, besonders wenn du halt siehst, was der, das sind ja auch die Tabletten, die er dem Polizisten da verkauft und das ist Oxycodin und da nimmt er, glaube ich, erstmal fünf oder so. Ja. Spült sie mit zwei Gläsern Whisky runter. Ja, gute Nacht, dann schläfst du da wirklich eine Woche. Ja, gut, aber das hätte ich jetzt auch nicht gebracht, also dass er irgendwie ein gebrochener Mensch ist, das war mir eben vorher schon klar, also das nun mal jetzt hier wieder, okay, er trinkt, okay, er nimmt Tabletten, das hätte ich jetzt so auch nicht nochmal gezeigt bekommen müssen. Dann trefft, also ich glaube, es ist der nächste Morgen, dann ist Tess wieder da und wir sehen, dass Joel und Tess zusammen wohl ein Team sind, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und Joel reagiert relativ ungehalten auf Tess Zustand und da war ich mir nicht sicher, ist er jetzt angepisst, weil seiner Freundin was zugestoßen ist oder ist er mehr angepisst, weil sie sich gewehrt hat? Oder ist er sauer, weil die Batterie nicht da ist und er nicht zu seinem Bruder kann? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, genau, ja. Ja, wobei ich eher glaube, dass er, also er sagt ja auch, was ist passiert und sie sagt, na gut, ich habe halt meinen Maul aufgerissen und habe auf die Fresse bekommen und da fand ich auch krass, das wird auch so, ich meine klar, Apokalypse und so, aber das wird auch so, ja, okay, gut, hast du halt aufs Maul gekriegt. Hm, okay. Aber er lässt es ja nicht auf sich beruhen und hakt ja nach, weil er schon das Gefühl hat, dass da mehr dahinter steckt. Ja, es wird auch immer wieder deutlich, dass diese Batterie für ihn halt unglaublich wichtig ist. Es ist ja wirklich, also ich glaube, wenn er eine Batterie hätte, dann wäre Last of Us wahrscheinlich nach einer Dreiviertelstunde auch vorbei komplett. Männer und ihre Autos, manche Sachen ändern sich auch in der Post-Apokalypse nicht. Ja, Klischees müssen bestehen bleiben, ja. Gibt ja auch Alkohol noch. Genau. Eben. Und Zigaretten. Weißt du, was ihr habt? Ich habe meine Karre, ich habe Alkohol, ich habe Kippen, bestes Leben aller Zeiten. Und 80er-Mucke, die darf man nicht vergessen, die als Botschaft gesendet. 80er-Mucke, geiler geht's. Ja, das ist auch eine nette Idee, dass sie halt, dass sie das so machen, dass es so eine Art Code ist. Wenn irgendwie 80er-Mucke läuft im Funkgerät, dann ist es halt so, Achtung, Gefahr. Nun, dann stelle ich mir folgende Situation vor. Stell dir mal bitte vor, du bist halt wie jetzt Ellie, du bist gerade mal irgendwie 18. Das heißt, du hast nicht gelebt in den 80ern, du hast auch keinen richtigen Draht oder Kontakt zu 80er-Jahren-Mucke. Woher willst du wissen, was 80er und was 70er ist? Oder 60er? Naja, also wenn du da hockst und, sagen wir mal, was ja als Warnung ausgestrahlt wird, Wham, wake me up before you go go. Ist es noch Wham oder ist es nur George Michael? Das ist Wham. Das ist Wham, ne? Hätten sie auch Last Christmas nehmen können. Viel schlimmer gewesen. Aber, ich meine, das hörst du ja, 70er und 80er, da ist ja schon ein gewaltiger Unterschied von der Musik. Ja, du hörst das. Es lag ja die Enzyklopädie daneben mit dem Greatest Nummer Einsatz. Ja. Ah ja, klar, aber trotzdem, sie sagt, jetzt greife ich auch schon vor. Ja, wir greifen vor. Sagt sie ja auch, vorhin war das Radio an und dann kam Wake me up before you go go und er, um Gottes Willen, da dachte ich noch, oh, da kannst du aber laut sagen, um Gottes Willen. Das dachte ich auch, warum fehlt mir sich ausgerechnet so ein Song aus? Das ist halt die Wahrne. Ja, ach, die achte, ja, ja, aber wir sind ein bisschen vorausgesprungen. Wir sehen jetzt eine Szene, da sehen wir Marlene, gespielt übrigens von Merle Dandridge oder Dandridge, das ist, die Dame hat diese Figur auch in den Spielen verkörpert und die redet mit Ellie und macht dieser relativ klar, dass sie weiß, wer sie ist, denn sie hat Ellie damals ins Waisenhaus gebracht und da lernen wir auch, dass es Waisenhäuser gibt, die aber von der Federer geleitet werden und die quasi nutzen, um da ihren Nachwuchs auszubilden und ich finde das, also ich finde diese Figur der Marlene irgendwie sehr interessant, weil sie scheint mir sehr vorbereitet zu sein, aber im Gegensatz zu jetzt einer Tess oder Joel strahlt sie eine gewisse Wärme aus, etwas, also jetzt nicht Mütterliches, aber ich würde, ich würde mich an ihrer Seite wohler fühlen, als an der Seite von Tess oder Joel. Ja, sie ist halt immer noch auch streng und bestimmend, weil sie ist ja da irgendwie auch die Anführerin anscheinend von dieser Firefly-Gruppierung in Boston und das strahlt ja auch aus, aber wie du sagst, immer noch irgendwas Nettes und Fürsorgliches. Ich finde, man merkt halt bei ihr, sie hat noch Hoffnung, während der Rest schon aufgegeben hat, weil Joel, Joel denkt nur noch dran, eigentlich, also in seinem Kopf irgendwie Party zu machen und und der Rest ist halt auch so dermaßen abgefuckt mittlerweile, dass sie halt wirklich alles Menschliche halt beiseite gelegt haben, während ja, sie halt noch sagt, okay, pass auf, es gibt noch Hoffnung und ich glaube dran. Ich glaube, das macht so den großen Unterschied aus. Was auch ganz interessant ist, das ist für dich, Theresia, wahrscheinlich jetzt so ein Ding, der Name wird nichts sagen, aber Sven und ich, wir horchen auf, wenn wir diesen Namen hören, nämlich der Name Riley fällt ja ganz kurz in diesem Gespräch zwischen Ellie und Marlene und ja, das wird noch für die Zukunft ganz interessant sein. Ich verrate jetzt nicht, wer Riley ist, aber Sven, hast du diese, diese Anspielung verstanden? Mhm. Sehr schön. Weil der ist, ich habe jetzt so ein bisschen Namen notiert, also mir ist dann schon klar, okay, vielleicht wird mir da irgendwann noch mehr gesagt zu dem Namen. Tut dir selbst wirklich einen Gefallen, lese nicht nach. Nein, ich, ich werde es nicht, ich werde es nicht tun, ich habe jetzt auch vorab nichts gelesen oder mich nicht damit beschäftigt und ich werde es jetzt auch nicht tun, also ich will mir jetzt hier auch keine Überraschungen eben kaputt machen. Ja, und ich glaube, es ist doch auch, dass Marlene jetzt ihr auch quasi sagt, was ihre Aufgabe ist oder was das Besondere an ihr ist, aber der Zuschauer erfährt es wiederum nicht. Genau. Also, die Spieler wissen es, aber ich jetzt als Nichtspieler weiß es jetzt quasi immer noch nicht so wirklich. Ja, am Ende der Folge, finde ich, kann man das schon, wenn man eins zu eins zusammen, aber wir helfen dir da gerne aus. Jetzt sind wir wieder, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wieder bei Joel und Tess. Die auf der Suche sind nach der Batterie, ne? Ja, sie, sie, also sie, sie gesteht eben praktisch, was passiert ist und er sagt, okay, wir holen sie zurück und sie bricht ja dann auch ihr Versprechen, dass sie Fletcher gegeben hat, wo sie sagt, sie wird nichts sagen. Bretton Fletcher, das heißt Robert, das habe ich mir so aufgeschrieben. Und dann, ja, suchen sie ihn. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt quasi die Batterie wieder zurückklauen. Also sie wollen quasi die, die zweite Übergabe oder die Übergabe, die jetzt hier geplant ist, quasi in Erfahrung bringen, wo was, wie, wann was passiert und wollen sich dann hier die Batterie wiederholen. Und dann, ich würde mal sagen, die schleichen sich oder versuchen sich in seine, in den Zauberquartier von ihm zu schleichen, haben da auch so ihre Mittel und Wege. Sie kennen sich halt, wie gesagt, wirklich gut aus und dann sehen wir das erste Mal, was dieser Pilz leisten vermag, nämlich einen ehemaligen Menschen, der jetzt als Schimmelpilz quasi sein Dasein fristet, in einer Wand und das sieht echt widerlich aus, finde ich. Das sah erschreckend aus, also eklig und auch erschreckend. Es gibt bei, oder es gab bei The Walking Dead einen Zombie, der auch irgendwie zu einem Baum verwachsen war. Das fand ich schon ekelhaft, aber so dieses, wenn du überlegst so, dass du so als, als wirklich als Pilz endest, so, also ich meine, jeder kennt halt so schwarzen Schimmel an der Decke oder so, ja, kennt jeder. Hat ja auch, glaube ich, jeder mal vielleicht. Aber wenn du denkst, dass das das Lebensende ist, dass du selbst an der Wand haftest und tot bist als Schimmelpilz, ist schon, ist widerlich. Ja, also ich mag kleine Pilze, so Champignons. Das finde ich okay. Ja, wie hilfst du heute einfach eben diese, gegenüber dieser Pilzinfektion bist? Ja, keine Chance. Also, und der nimmt sich dann in sein Kollektiv auf, in sein, in sein Netzwerk. Ja, das wird sowieso noch später interessant werden, weil wir in den späteren Folgen, genau wie in dem Spielen, auch noch ein bisschen mehr über diesen Pilz erfahren und der kann halt nicht nur dich befallen und dann endest du an der Wand. Da gibt es ja auch noch diverse, ich nenne es mal Evolutionsstufen dazwischen. Ne, das ist ja quasi so der, der Endstandpunkt, die die mit da sehen. Oh ja. Ja, dazu dann später mehr in einer der nächsten Folgen. Sie kommen dann letztlich zu Robert, aber Robert ist tot und noch schlimmer, Batterieschrott. Ist scheiße. und dann treffen sie auf Marlene von den Fireflies und ihre Kolleginnen und anscheinend kennt man sich. Hat mich dann auch überrascht, ja. Aber ich dachte mir dann immer so, also auch bei den Spielen, ja gut, so jemand wie Tess und Joel, die kennen sich halt einfach aus. Ich würde sie nicht als Widerständler bezeichnen, aber die wissen halt, an wen sie sich wenden müssen und um ihre Sachen zu bekommen und ich kann mir vorstellen, mit dem Widerstand kann man auch gute Geschäfte machen. Ich glaube, man hilft sich da heute. Ja, eine Spore wäscht die andere. Wir können das gerne ein bisschen abkürzen. Es wird ein Geschäft vorgeschlagen, nämlich Tess und Joel sollen Ellie aus der Quarantänezone bringen. Sven, weißt du noch genau, wo sie hingebracht werden müssen? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Nee, ins Firefly-Hauptquartier, aber wo es genau ist, keine Ahnung. Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war im Westen. Ich habe das anhin mitgekriegt, na? Nee, Philadelphia war es nicht. Das war Ding, das war Walking Dead, glaube ich, am Anfang. Auf jeden Fall müssen sie, ist es eine ganz schöne weite Strecke und so richtig Bock haben Tess und Joel nicht, aber sie wissen halt, okay, ja, die Fireflies sind mächtig und die könnten uns das geben, was wir brauchen. Nämlich ein Auto und außerdem, wenn man eh schon dann unterwegs ist, kann man ja vielleicht unterwegs schon mal den Tommy suchen. ne? Also, was ich noch mitgekriegt habe, ist am Anfang, wo die da irgendwann mir die Nachricht gekriegt haben, da hieß es irgendwie, sie haben die Nachricht aus Salem bekommen, aber in Salem wäre, wenn ich mich nicht, also wenn das, das eine Salem ist, das ich kenne, dann ist es in Oregon und dann wäre es mal einmal so quer durch die USA durch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, war es nicht sogar Oregon? Ich bin mir jetzt. Ich weiß nicht mehr, im Spiel ist es auch eine große Stadt und es ist auf jeden Fall keine kurze Strecke, die sie zurücklegen müssen. Ne, also, Boston ist ja Ostküste, die müssen in die Westküste. Oregon ist Westküste, das ist einmal komplett quer durch. Das ist eine wahnsinnig lange Strecke. Ja, ja. Dann haben wir auch noch mal diese Sache, die wir gerade eben angesprochen haben, mit diesem 80er Jahre Popsong-Code. was ich echt eine duper Idee finde. Das mache ich jetzt auch immer. Sven, wenn ich dir Wham-Lieder schicke, weißt du, scheiße ist es am Dampf. Ja, Elli knackte diese Schmuggler-Code, weil man am Anfang nicht wusste, was die 80er bedeutet und sie hat dann gesagt, okay, 80er bedeutet Ärger. Wenn ich eine Botschaft oder eine Weisheit aus der ersten Folge das mitgenommen habe, dann ist es 80er Jahre bedeutet Ärger. Das finde ich sehr gut. Wann sind wir geboren? In welchem Jahrzehnt? Ja, äh, 80er. Ist nett. Äh, ja. Du bist so alt? 78. 78? Ach, du Scheiße. Alter, du sagst es. Ich hab Last Christmas noch geschrieben und Kerl's Whisper. Nein, aber es ist halt schon, dass man halt ausgerechnet diese Song, also diesen Song genommen hat. Ich hoffe, dass sie dann später vielleicht noch auf andere Sachen zurückgreifen, aber ich denke, diese Codes werden dann ja so irrelevant. Aber ich fand es eine schöne Referenz an meine Jugend. Ach ja, Sven's Jugend. Okay, bei mir pfeift gerade der Wind ums Eck. Also ich hoffe, es ist nachher nicht auf der Aufnahme drauf. Ja, bei mir auch die ganze Zeit. Bei uns auch. Das ist kein Problem. Aber, jetzt für mich nochmal schnell, also ich hab das aber so gesehen, wo die da halt auf eben Elli und die anderen beiden treffen, die haben sich ja quasi, also ich hab das so empfunden, dass das ja dieses, dieses Haus ist, wo die halt auch die ganze Zeit Elli festgehalten haben. Also diese Übergabe, die die torpedieren wollten, war halt dann genau in dem Haus, wo die halt schon immer sich aufgehalten haben. Und dann war mir klar, okay, das Haus, die Gänge kenne ich doch. Ach ja, jetzt ist mir klar, wie die aufeinandertreffen. Ja, ein bisschen Zufall ist da auch mit drin. Das stimmt. Ja. Ja, also Tess und Joel nehmen den Job quasi an und die erste Mission ist halt erstmal aus der Quarantänezone raus und Elli ist schon die ganze Zeit halt so, klar, sie ist angekettet, da wäre ich jetzt auch nicht besonders freundlich zu meinen Mitmenschen, aber ich finde es sehr interessant, dass Elli ist eine Teenagerin und das merkst du auch. Sie ist überheblich, sie ist vorlaut, sie glaubt, alles besser zu wissen, aber ich finde, das kriegen sie gut hin. Es wirkt, wie soll ich es nennen, authentisch, natürlich. Es nervt ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass du die Kopfschüttel sehr gesagt hast, Gott, Gott, bitte, 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 bring dieses Mädchen um. Sie nervt nur noch. Ich finde, sie schaffen diesen Balanceakt und das ist sehr schön, weil in dem Spiel war es genauso, wie ich fand. Ja, ich habe sie im Spiel schon mehrfach versucht, umzubauen. Ich habe alles ausprobiert. Das wäre übrigens nur eine Tochter. Ja, ja, da kann ich es ja nicht machen, da kann ich ja schlechten Molotow-Kochton oder eine Nagelbombe ins Zimmer schmeißen. Das wäre ja unmenschlich. So etwas würden wir niemals tun und daran würden wir auch niemals denken. Natürlich nicht. Ja, ich muss sagen, ich fand es gar nicht nervig, weil ich meine, ich habe mich dann versucht, in sie hineinzupersetzen. Sie war jetzt zuerst bei irgendwelchen anderen Typen angekettet. Jetzt hat sie zu denen ein bisschen Vertrauen gefasst, damit sie einfach den nächstbesten beiden Zug schubst, so quasi, ja, jetzt bringt ihr sie dahin, wo sie hin soll. Also, das sind halt wieder wildfremde Personen für sie und ich kann doch schon verstehen, dass die jetzt so nicht so offenherzig auf die auf die zugeht und sagt, ja, vielen Dank dafür, dass ihr mir jetzt hilft. Ja. Ja gut, sie ist ja als Weise in dieses Militär-Waisenhaus gekommen und die ist in die Welt reingeboren. Ich denke, da ist nix mit morgens erst mal, was weiß ich, ein Müsli und dann wird ein bisschen gespielt, dann geht es vielleicht noch in den Kindergarten oder in die Vorschule oder in die Schule, sondern da ist schon Drill und ja, und da wird halt auch die Skepsis und alles schon eingeimpft, denke ich. Ja. Deswegen, so wie sie reagiert, finde ich, ist absolut authentisch, ist auch in den Spielen wirklich gut und ja, so sind sie in dem Alter. Wenn ihr mehr von unserem Erziehungsratgeber Sven hören wollt, meldet euch, wir kriegen da irgendwie Podcasts zusammen. Sven erklärt Kindererziehung. Würde ich mir anhören, definitiv. Kommen wir aber jetzt mal so zur, ja, wirklich zur Schlussphase der ersten Folge, nämlich das Herausschleusen von Ellie aus der Quarantäne-Zone, er wird erschwert, dass nämlich der Soldat, die wir zu Beginn kennengelernt haben, leider im Weg steht und auch jetzt nicht wirklich so nett ist zu sagen, okay, dann haut das ab. Er im Gegenteil, der nimmt seinen Job plötzlich sehr, 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 sehr ernst und bedroht Joel, Tess und Eddie mit einer Waffe und dann gibt es eine kurze Flashback-Sequenz und wir sehen wieder, wie Joel vor dem Soldaten steht, der seine Tochter umgebracht hat. Ja, und dann wird Joel zum Berserker. Meine Frage an euch, hättet ihr dieses Flashback-Sequenz, diese ganz kurze gebraucht, denn ich muss sagen, hier erklärt mir die Serie etwas, was ich eigentlich schon wusste, warum er es tut, warum er diese, diese Erinnerung hat, wenn vor ihm ein bewaffneter Mann mit einer, äh, mit einer Schusswaffe steht und es danach aussieht, als ob entweder Joel oder jemand, den er liebt, bedroht wird. Ja gut, man muss ja dazu noch sagen, dass der Soldat, der will halt jetzt diesen Test machen mit denen, um halt feststellen, ob sie halt positiv oder negativ sind und man merkt schon, dass Ellie da sehr zurückhaltend ist oder halt merkt, okay, dieser Test wird für sie nicht gut ausgehen und sie greift halt an den Soldaten mit einem Messer an und dann geht der natürlich in Verteidigungsstellung und bedroht sie mit der Waffe und dann kommt eben das, was du sagst, dieser Flashback. Ob ich ihn jetzt gebraucht hätte, naja, ich weiß nicht, also es ist verständlich, dass er den hat und dass er dann halt ja etwas überreagiert und ich finde, es hat schon gepasst. Also es war für mich jetzt halt in Ordnung, dass das nur mal gezeigt worden ist. Ich war dann am Anfang ganz überrascht, weil ich mir gedacht habe, okay, wieso tauchen jetzt hinter den Polizisten noch so viele Lichter, den Soldaten so viele Lichter auf, bis ich verstanden habe, das ist diese Flashback-Erinnerung. Nee, ich finde, hat für mich jetzt halt zu dieser Situation gepasst, weil es jetzt einfach jetzt wieder die Geschichte ist, es wird ein junges Mädchen bedroht. Ich hätte es nicht gebraucht. Ehrlich, weil es ist so an und zu arg lange her, wo sie es gezeigt haben und dass das dann so praktisch ja fast eine 1 zu 1 Kopie von der Szene mit Sarah ist, außer dass sie es ja jetzt nicht trägt, aber hätte ich nicht gebraucht. Was ich bloß aber auch beim Spiel schon komisch fand, ist, die wollen raus. Warum machen die da einen Test? Ist doch scheißegal, wenn sie weg wollen. Also ich meine, klar, dass sie halt dann wieder reinkommen, aber die wollen in dem Moment raus und der macht einen Test. Ist draußen ist doch scheißegal. Ich glaube einfach, dass sie halt so eine Null-Prozent-Politik verfolgen und ich glaube einfach, dass sie halt die Fehler haben, wenn jemand halt eben infiziert ist, dann wird er getötet und da ist es scheißegal, ob er jetzt raus oder reingeht. Ich glaube, es ist halt einfach, die haben halt gelernt, wenn du die Chance hast, einen Infizierten zu stoppen, dann tue es. Vielleicht wollen sie auch verhindern, dass sie dann irgendwo hingeht und da dann irgendjemand infiziert. Genau. Ja, ja, klar, dass das halt nicht ist. Das ist eine Realitätswelt. Mir wäre das egal gewesen. Gleiches Schicksal für alle. Genau. Ja, und dann kommt eine große Enthüllung vielleicht für dich, Theresia, für uns Spielefachmänner natürlich jetzt nicht. Ellie ist infiziert und wir erfahren, dass Ellie wohl schon vor drei Wochen gebissen worden ist und die, ja, ich nenne es mal Infektionsnarbe, sieht auch eher aus, als ob sie verheilt ist, was durchaus Joel und Tess ein bisschen verwundert. Wie hast du das jetzt aufgefasst, als jetzt der große Reveal kam, Ellie wurde gebissen oder war infiziert, aber scheint gegen den Pilz immun zu sein? Ja, da muss ich sagen, das war jetzt für mich nicht so die große Überraschung, weil ich ja, ich habe jetzt wirklich nichts darüber gelesen, aber ich habe das dann schon, zumindest mal gelesen, worum es grob in dem Spiel geht und habe dann schon quasi gewusst, dass sie halt eben sowas wie Patient Null ist oder keine Ahnung, also dass sie halt infiziert ist, aber halt keine Symptome hat oder halt nicht krank ist und dass wahrscheinlich jetzt halt mit ihr vielleicht irgendwie ein Heilmittel gefunden werden kann. Deswegen war mir auch klar, warum sie diesen Test nicht machen will. Also das fand ich jetzt alles nicht mehr so überraschend, aber war natürlich jetzt für die natürlich in dem Moment ein Schock oder auch für jemanden, der sich jetzt, der jetzt wirklich komplett sich gar nicht beschäftigt hat, hat vielleicht auch schon etwas geahnt, aber jetzt vielleicht nicht genau gewusst. Und so kommt... Ich war nicht überrascht. Ja, du kennst das Spiel auch, das war uns beiden klar, was da jetzt kommen wird. Und damit kann man sagen, war es das für die erste Folge schon. Also sie ziehen dann weiter und wir hören Deepish Mode, Never Let Me Down Again von 1987. Bedeutet Ärger. Bedeutet Ärger. Und unter der Musik hören wir auch Klänge, die auch Spieler vertraut sind, nämlich das sind die Klänge der sogenannten Klicker. Nicht Licker, wie ich immer wieder gesagt habe früher, sondern Klicker. Das ist auch eine Art dieser, ich nenne es mal, Pilz-Evolution. Die werden wir in den nächsten Folgen wohl des Öfteren noch antreffen. Und es wird nicht schön werden, glaube ich. Okay, das muss ich mir eventuell nochmal anhören, weil das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe darauf geachtet, ob ich das Lied erkenne und welches Jahrzehnt es ist. Aber die Schreie im Hintergrund hat sie ausgeblendet. Das lässt tief blicken. Ich fand halt auch diese, diese Schlusszene fand ich halt irgendwie, ich fand die irgendwie toll inszeniert, weil die sind dann eben da wirklich dann in diese Welt getreten, wo dann eine Schildung soll, dass du quasi hier nicht weitergehen, weil jetzt ist die Infizierten-Area hier. Und du hast ja dann eben diese große Aufblende hier von, was ist das dann noch, der Rest von Boston und so weiter. Und dann kommt halt eben dieses Deeper-Schmode-Lied. Also ich fand, ich war von dieser, dieses Inszenierung irgendwie gerade so fasziniert. Ja. Ja. Also es ist wirklich gut umgesetzt worden. Ja. Ein tolles, stimmiges Ende fand ich auch. Also so der schöne, ich habe noch gedacht, jetzt denn ein, jetzt macht ihr noch einen, noch einen kurzen Überblick und ha, sie haben es getan. Und ich dachte noch, geil, jetzt will ich sofort mehr. Ja. Also das war jetzt für mich auch so die Folge, wo ich mir gedacht habe, okay, also jetzt so aus meiner Sicht, jetzt sind irgendwie so der Großteil der Charaktere irgendwie klar, so die, so die, die, die Spielfiguren sind aufgestellt. Jetzt geht es dann so ins richtige Spiel los oder in die richtige Story. Ja, durchaus. Und ja, damit sind wir quasi jetzt auch durch mit der Folge. Jetzt, was uns noch bleibt, ist so was zu fällen wie ein Folgenfazit und drei Wertungen hätten wir anzubieten. Wir hatten einmal, die Folge war nicht gut, die Folge war gut, okay, oder sie war großartig. Und das nennen wir einfach mal, war sie Dosenchampion, war sie Steinpilz oder war sie Trüffel? Oh Gott. Sven. Oh nein. Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, so zwischen Schampion und Trüffel. Das wäre Steinpilz. Tut mir leid, aber ich fand, Entschuldigung, das geht. Hä? Steinpilz ist doch das Billige. Nein, na, Dosenchampion ist das Billige. Dann kommt Steinpilz, dann kommt Trüffel. Ach so, okay, dann zwischen Steinpilz und Trüffel. Ach so, ich mag Schamping. Ähm, ja, es, für großartig hat mir ein bisschen was gefehlt. Sie ist, sie ist sehr gut und ich hatte meinen Spaß. Auch, wenn ich mir vielleicht schon ein bisschen mehr Abweichung vom Spiel gewünscht hätte. Ja, ähm, da möchte ich mal eben kurz reingrätschen, dann darfst du gerne, Theresia. Ich muss sagen, geht mir auch so. Ich hab sie jetzt zum zweiten Mal geguckt, die Folge. Ähm, die ist gut inszeniert, die ist sehr gut gespielt, die ist auch gut getrickst, die sieht toll aus, ähm, aber wenn man halt eben weiß, was passiert, fehlte mir da auch so ein bisschen dieser Impact. und, ähm, ich habe wirklich ein bisschen Furcht davor, dass die Macher einfach nur eine Art, ich nenne es mal Remake abliefern, was sich eins zu eins an die Serie hält und nur ganz kleine Sachen halt eben ändert. Eine kleine Sache, die wurde hier schon relativ klar gemacht, nämlich in den Spielen vermehrt sich dieser Pilz oder man kann infiziert werden allein durch die Spuren, das heißt durchs Atmen, das haben sie hier weggelassen, ähm, ist okay, weil in den Spielen laufen die Figuren recht häufig mit Gasmaske rum und ich kann mir vorstellen, dass Pedro Pascal, äh, schon genug Maske in der Mandalorianer trägt, deswegen hat er wahrscheinlich gesagt, so nee, dann lieber ohne Maske bei Last of Us. Es ist für mich eine gute Auftaktsfolge, die verspricht, dass noch Großes kommt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das wirklich noch sehr, sehr gut wird, aber auch ich muss sagen, es war eine gute erste Folge, aber für Trüffel fehlt mir da auch noch ein paar Sachen, deswegen, es wäre meine Wertung Steinpilz. Theresia, wie ist es bei dir? Ja, ich kann mich da bei euch nicht so anschließen, also ich bin auch eher so, ähm, Kategorie Steinpilz, also gut, mit einem leichten Hauch vielleicht von, von Trüffel, weil es gab wirklich so ein, zwei Szenen, die ich wirklich auch von der Inszenierung her und von der schauspielerischen Leistung großartig fand, aber es ist, finde ich, schon noch Luft nach oben, für mich war, dadurch, dass ich es halt wirklich nicht kannte, es am Anfang etwas, ja, man muss halt erst die Charaktere kennenlernen, weil wir halt eben die Namen und welche Rollen, die dann in der weiteren Serie oder im Spiel haben werden, ist halt mir noch nicht vertraut, bin ich gespannt und, ja, wie ich schon gesagt habe, also für mich hat es die erste Folge eben so ein Gefühl hinterlassen, okay, jetzt sind die, ein paar Charaktere bekannt, die Spielfiguren wurden aufgestellt und jetzt geht es eben in die Tiefe von dem Spiel, aber, ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf die nächsten Folgen, ich werde auf alle Fälle weiterschauen und, ja, bin gespannt. Ja, wie alle hier werden weiterschauen und werden dann auch wieder nächste Woche mit einem Recap auftauchen, das ist in der zweiten Folge, achtet aber auch ein Podcatcher. Bis hierhin möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, wenn ihr nochmal kleiner Tipp erfahren wollt, wer wir genau sind, wir haben ein Last of Us Precast gemacht, da sind alle Leute, stellen sich dort vor, die ihr jetzt in Zukunft in diesen insgesamt neun Recaps Episoden hören werdet. Wer nächste Woche dabei ist, wissen wir doch nicht, ich bin nur auf jeden Fall dabei, es tut mir leid, so ist es halt einfach und möchte noch darauf verweisen, uns gibt es im Internet bei www.tele-stammtisch.de, außerdem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und, 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 da bekommt ihr auch ganz viele andere Filmkritiken von uns auf die Ohrmuschel, hört da gerne mal rein, ihr könnt uns auch gerne positiv bewerten, würde uns sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuhören, ich wünsche euch noch viel Spaß mit Last of Us, dann darf der Sven Adieu sagen und dann die Theresia, tschüss. Adieu. Bis zum nächsten Mal, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.